herzlichen willkommen zur weiteren folge auf der karte ewo und thüringen leider gab es vor einer letzten folge einen absturz gegend noch ein bisschen spiel vorschritte verloren das heißt wir fangen aber teilweise von vorne an so ein Blüterkurs beim führungskurs gespeichert, damit wir mit Kalk gleich starten können hier müssen wir die straße frei machen das heißt führung steht, was führung ist Kalken? führung ist Kalken Wir arbeiten uns daran, wo es noch Sinn macht. Wir werden gleich mal eine Einigung auflegen. Wieder mal. Jetzt bin ich an beiden Fässern. Blöde Hose. So. Gleich wegnehmen. Und macht dann die Schuhe keinen. Irgendwie. So. Das ist schon leise. Auf das ein bisschen. Dann gedreht. Wir werden einfach diesen einen Kurs hier nehmen. Und rechts von mir ist. Und wenn alles in Kalk wird. Wir werden es überleben. So. Wir müssen jetzt zwei Kurs haben. Einen haben wir. Und da hinten über Führungshof. Und dazu. Das passt sogar. Einstellen. Warte. Jetzt mal reichen. So. Wir arbeiten. Jetzt werden wir uns. Ah wie schön. Wir haben da einen Abfluss gehabt. Und zwar wohl hier. Jetzt werden wir uns. Mit dem Kaufhof. Oder dem ich mal. Arbeiten wollte. Ich weiß nicht genau. Ob es noch ein Kursbilder hat. Oder. 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 Das heißt. Probieren wir mal mal. Das ist der Herrschand trotz hier. Wir probieren es mal. Und mal aber es dürfte es keine Probleme geben. normal er hat so gespeichert dass kein kalt da ist das ist super betten der bot ist nicht deaktiviert das heißt er fährt jetzt los fährt hier den kurs ab und dann ist es nicht da ach de die anderen habe ich ungespielt kurz kurzen zerbrechung das heißt ich breier kurz ab und werde das näher zusammenfügen die beiden videos so kurzes häuschen bis gleich so da bin ich wieder da 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 auch immer das ist da da wo ich den kurs ansätze da da das ist einfach das 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 ist das das Und jetzt ist er ein Blank. Und dann ist er ein Blank. Und jetzt ist er ein Blank. Wir müssen die Arten mal ein Blank. Und jetzt ist er ein Blank. Das ist ein Wettbewerb. so ungefähr sehen können wo ist aufbauen nicht heute wer das mit leiden hier speichern so drehen wir auch blöde und du jetzt sei ja gleich speichern hot dare just buy honey okay Ja gut, das sieht gut. Ich fahre nicht zusammen. Kann man nicht fahren, ne? Kann ich nicht mehr da sein? Ich glaube nicht. Ich habe nicht sehr viel Platz geladen. So, jetzt geht es zum Armspaß. Unkoppelkrämpfung. Das ist ein bietrischer. Das ist unser Freund hier. Na, wer gekauft? Nicht. Gut, haben wir Geld gespart. So, jetzt haben wir das. Ist das verkehrt? Und hier ist ein Freund, und das ist derart ... Das ist ein B's. Es ist ein B's, das geht mir wieder los. So. Ist so einfach. Könnte der Abflussgrund sein gewesen sein. Groß-Version. Hatte ich gerade neu aufgeladen. Ich hatte jetzt wieder ein neuer aufgeladen. Neu oder zu Hause. Keine Ahnung. Bin ich noch mal nicht vermerkt. Könnte die Hilfe sein. Andere hatten auch Probleme. Ah, da bin ich aber leer. Na ja. Könnte am Fahrzeug liegen. Was aber ehrlich glaube ich. So. Volltag. Ist halt Gras schon gewachsen. Auf der Wiese. Ja. Ja. Erntereif. Dann werden wir uns um Gras kümmern. Das heißt, das können wir gleich machen. Nehmen wir den Deutz. Und hier rum. Aber ich finde das gut. Dann wollen wir mal zusagen. Das machen sie ja freiwillig. Kein Muss. Ne. Aber das Programm hat mir so. Ne. Klappt. Irgendwann. Klappt schon. Klappt schon. Klappt habe ich auch noch. Na ja dann. Klappt. 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 Denk. Bann. Das ist ein Problem. Ah, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Rüste mehr reinkrieg mal Ah, der Kacke ist da Mal mal ran gucken Danke Lüste Glück hat Ganz gut gewählt Alles schön mit Glück aus Ah, der Kanto Der Kanto Und hier Der Kanto 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 Ich habe das Kalk von der Wartner Ich bin mir nicht in der Kalk Macht, aber ich habe mir nicht in der Freimfälle Ich bin mir nicht in der Kalk Ich bin mir nicht in der Kalk Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, da liegt die große Wiese, hat's gesagt, wenn wir rückfallern, sehen wir, da kann ich leider gerne keine Wiese machen. So, da haben wir aufgefahren. die geräusche so den speichern ab und der wiese ja komm jetzt ein so hier aktuellen kurs ok zum stück das gut Ich brauche nur 2 Warnungen. Eine. Dann sind wir gleich raus. 2% Das ist gut. Das heißt aber auch, ob ich nur ein Frischweich bin. 2% Hey. Da kommt eine Hände hinweg. Okay. So. Das heißt. Das macht nur 2% Alles. Nicht schlecht. Kommen. Oh. Das macht nur noch ein bisschen. Ich könnte auch sagen. Ja. Ganz her. Schauen wir mal, was der Kalkfrist gemacht. Das läuft auch. Und wir haben es wieder zu Hause bekommen. So. Mit meiner Meinung nach. Das war's für heute. Wie heute gefallen gewesen sei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde nur euren Like freuen. Und die Leute hören und sehen wir uns wieder. Und die nächste Folge. Tschaui. Christ. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es hat euch gefallen. Es war ein wenig. Es war ein wenig. Ich mag noch etwas.